Das sind die neue Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2. Ich habe 1350 Euro für beide Apple Watches ausgegeben, um für dich herauszufinden, welche Apple Watch die bessere Wahl ist. Denn mit der Ultra 2 und Series 9, die beide über ein deutlich helleres Display, schnellere Prozessoren sowie über die neue Double-Tap-Funktion verfügen, hat es Apple wieder mal geschafft, die besten Smartwatches am Markt zu produzieren. Und das Beste ist, in Deutschland verkauft Apple die Series 9 ab knapp 450 Euro. Der Startpreis liegt damit wieder 50 Euro unter dem Startpreis der Series 8 im vergangenen Jahr. Der Preis der Apple Watch Ultra 2 beträgt 900 Euro und damit sogar 100 Euro weniger als beim 2022er Modell. Dementsprechend ist die Apple Watch Ultra 2 doppelt so teuer wie die Series 9. Aber rechtfertigt die Apple Watch Ultra 2 auch diesen doppelten Preis durch doppelt so viele Funktionen oder ist am Ende die Apple Watch Series 9 aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses die bessere Wahl? Starten wir zunächst mit einem kleinen Unboxing der Apple Watch Series 9. Die Apple Watch Series 9 kommt in dieser schicken Verpackung bei dir an. Das Auspacken der Apple Watch ist wie immer ein absolutes Erlebnis, vor allem wie sich die Verpackung so entfaltet und man dann als erstes die Apple Watch Series 9 sieht und darunter die Verpackung für das Armband, welches mitgeliefert wird. Wir öffnen die kleinere Verpackung, in welcher sich das Gehäuse der Apple Watch Series 9 befindet und zusätzlich versteckt sich hier rechts noch das Schnellladekabel, welches dieses Mal aus einem hochwertig geflochtenen Material besteht. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass das Ladekabel deutlich länger hält. Ich habe mich bei der Series 9 für das 45mm Aluminiumgehäuse in der Farbe Mitternacht entschieden. Im Vergleich dazu kommt die Apple Watch Ultra in einer deutlich größeren Verpackung, welche aus einem rauen Material besteht. Aber auch hier musst du die Verpackung wie bei der Series 9 entfalten und dann siehst du als erstes eine kleine Broschüre zu Apple Watch Ultra 2. Darunter befindet sich dann die Apple Watch Ultra 2 und auch das Armband, für welches ich mich entschieden habe. Rein optisch hat sich bei der Apple Watch Ultra 2 zum Vorgängermodell nichts verändert. Und auch das mitgelieferte Schnellladekabel besteht wie bei der ersten Apple Watch Ultra bereits aus dem geflochtenen Material. Bei der Apple Watch Ultra 2 habe ich mich für das Blue Ocean Armband entschieden. Dieses kannst du ganz einfach in die Apple Watch Ultra 2 einklicken. Für meine Apple Watch Series 9 fiel die Wahl aber auf das Storm Blue Sports Armband. Auch hier funktioniert das Einklicken einwandfrei. Aber lass uns zunächst das Design der Apple Watch Series 9 mit der Apple Watch Ultra 2 vergleichen. Die Apple Watch Series 9 hat ein abgerundetes und schlankes Design, während die Apple Watch Ultra 2 deutlich kantiger daherkommt. Außerdem ist das Gehäuse der Apple Watch Ultra 2 dicker als das der Apple Watch Series 9. Das Material meiner Apple Watch Series 9 ist leider nur aus Aluminium und dementsprechend weniger robust als das Titanen-Gehäuse der Apple Watch Ultra 2. Bei beiden Apple Watches wurde allerdings das gleiche Glas für das Display verwendet. Einziger Unterschied hierbei ist, dass das Glas bei der Series 9 abgerundet ist und sich über die Kanten erstreckt, während bei der Apple Watch Ultra 2 das Glas bzw. das Display flach und vom Titanen-Gehäuse eingerahmt ist. Das abgerundete Glas der Series 9 finde ich persönlich aber besser zum Tippen von Nachrichten als bei der Ultra 2. Und auch die Krone der Apple Watch Ultra 2 ist besser geschützt als die freiliegende Krone bei der Series 9. Außerdem verfügt die Apple Watch Ultra 2 über eine extra Aktionstaste auf der linken Seite. Wie genau diese aber funktioniert und eingestellt wird, erkläre ich im weiteren Verlauf des Videos. Grundsätzlich wird also deutlich, dass beim Design der Apple Watch Ultra 2 alles auf Robustheit ausgelegt ist und für extreme Situationen gemacht wurde. Letztendlich ist es allerdings Geschmackssache, ob dir das Design der Apple Watch Series 9 oder der Ultra 2 optisch besser gefällt. Zu berücksichtigen ist allerdings auch die Größe, Dicke und das Gewicht beider Apple Watches. Die Apple Watch Ultra 2 ist mit einer Displaygröße von 49 mm eindeutig größer als die Apple Watch Series 9 mit 45 mm. Außerdem ist die Ultra 2 auch deutlich dicker als die Series 9. Das liegt unter anderem an dem verbauten Akku, welcher an der Ultra 2 größer ist und dementsprechend auch für eine längere Akkulaufzeit sorgt. Zum Thema Akkulaufzeit komme ich sowieso gleich noch. Außerdem habe ich beide Apple Watches gewogen und dabei festgestellt, dass die Ultra 2 96 g wiegt und im Vergleich dazu die Series 9 nur 66 g. Dieser Gewichts- und Größenunterschied ist im Alltag deutlich spürbar. Solltest du also vorhaben, mit deiner Apple Watch deinen Schlaf zu tracken, dann könnte die Ultra 2 aufgrund der Dicke und der Größe als störend empfunden werden. Des Weiteren solltest du bei deiner Entscheidung berücksichtigen, dass die Apple Watch Ultra 2 durch die Maß und das Design an schmalen Handgelenken sehr klobig wirkt. Aber welche neuen Funktionen haben die Apple Watch Series 9 und die Ultra 2 im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen? Und welche Funktionen davon sind exklusiv nur für die Apple Watch Ultra 2 verfügbar? Neue Sensoren, die in der Series 9 und Ultra 2 verbaut sind, bringen das praktische neue Double-Tap-Feature. Durch das Zusammenbringen von Daumen und Zeigefinger kannst du jetzt Musik pausieren oder Anrufe annehmen. Bei älteren Modellen kannst du auch durch bestimmte Handgesten deine Apple Watch steuern. Dafür musst du allerdings vorher in die Einstellung unter Assistive Touch die Handgesten einmal aktivieren. Außerdem kannst du dein iPhone mit der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 jetzt nicht nur anpingen, wenn du es mal verloren hast, sondern auch direkt zum iPhone hin navigieren, wie es vorher schon mit AirTags möglich war. Dies funktioniert leider bisher nur bei den neuen iPhone 15 Modellen. Des Weiteren verfügen die Apple Watch Ultra 2 und Series 9 über eine bessere Siri. Denn bei Anfragen, die keine Informationen aus dem Internet erfordern, wie Starten eines Trainings oder Einstellen eines Timers, benötigt Siri weder WLAN noch Mobilfunk, was schnellere und zuverlässige Antworten ermöglicht. Apple hat sowohl die Ultra 2 als auch die Series 9 mit einem neuen, leistungsstärkeren Prozessor ausgestattet. Beide Apple Watches laufen in der Bedienung extrem schnell und flüssig. Wenn du die Series 9 und die Ultra 2 vollständig ausschaltest und anschließend zeitgleich neu startest, dann startet allerdings die Series 9 knapp eine Sekunde schneller als die Ultra 2. Das liegt jedoch daran, dass die Ultra 2 noch viel mehr Daten laden muss als die Series 9. Darüber hinaus haben die Series 9 und die Ultra 2 gemeinsam, das auf beiden WatchOS 10 installiert ist. Außerdem kannst du mit deiner Series 9 und Ultra 2 ein EKG machen. Sie verfügen beide über die gleichen SOS-Funktionen und du kannst eine Blutsauerstoffmessung durchführen. Auch bei den möglichen Workouts gibt es keinen Unterschied zwischen der Ultra 2 und der Series 9. Lediglich die Aktionstaste auf der linken Seite ist exklusiv für die Ultra 2. Um diese einzurichten, musst du einmal auf die Aktionstaste drücken. Danach tippen wir auf Aktion wählen. Im Anschluss müssen wir nochmal hier klicken und jetzt kannst du nach unten scrollen, um zum Beispiel die Taschenlampe auszuwählen. Immer wenn du ab sofort die Aktionstaste einmal drückst, wird deine Taschenlampe aktiviert. Diese Aktionstaste fehlt leider komplett bei der Series 9. Aber mit der Aktionstaste kannst du auch noch eine weitere exklusive Apple Watch Ultra Funktion nutzen, nämlich die Sirene. Dafür musst du nur die Aktionstaste gedrückt halten und dann die Sirene aktivieren. Damit kannst du auf dich aufmerksam machen, wenn du dich verletzt hast und auf Hilfe angewiesen bist. Auch bei den verfügbaren Apps gibt es keine nennenswerten Unterschiede zwischen der Series 9 und der Ultra 2. Einzig und allein die Tauch-App ist neben der Sirene auf der Series 9 nicht verfügbar. Beide Apple Watches sind wassergeschützt, aber die Ultra 2 ist sogar bis 100 Meter wassergeschützt und damit perfekt zum professionellen Tauchen geeignet. Neben der unterschiedlichen Displaygröße gibt es aber bei der Apple Watch Ultra 2 und der Series 9 auch einen Unterschied bei der maximalen und minimalen Helligkeit. Während die Ultra 2 eine Helligkeit von bis zu 3000 Nits erreichen kann, erzielt die Series 9 eine vollkommen ausreichende maximale Helligkeit von 2000 Nits. Auch bei direkter Sonneneinstrahlung habe ich keinen großartigen Unterschied in der Helligkeit beider Displays gesehen. Für dunkle Räume oder frühe Morgenstunden lässt sich das Display außerdem auf nur 1 Nitt reduzieren, sodass Menschen in der Umgebung nicht gestört werden. Die Ultra 2 hat dafür extra einen Nachtmodus. Dadurch färbt sich das Display dann in rot und schont deine Augen und deinen Akku. Und da sind wir schon beim Thema Akkulaufzeit. Denn die Akkulaufzeit ist sicherlich einer der wichtigsten Unterschiede zwischen der Series 9 und der Ultra 2. Laut Apple soll die Apple Watch Ultra 2 bis zu 36 Stunden und immerhin bis zu 72 Stunden im Stromsparmodus durchhalten. Der Akku der Apple Watch 9 hingegen hält mit bis zu 18 Stunden bzw. bis zu 36 Stunden im Stromsparmodus gerade mal halb so lange durch. Und das kann ich persönlich auch so bestätigen. Die Akkulaufzeit der Ultra 2 ist deutlich besser. Allerdings dauert das Vollladen der Apple Watch Ultra 2 dementsprechend auch deutlich länger. Innerhalb von 1 Stunde erreicht man 80% und in etwa 1,5 Stunden ist die Ultra 2 laut Apple vollgeladen. Falls du auch so ein mobiles Ladegerät von Anker für deine Apple Watch haben willst, dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Schauen wir uns jetzt nochmal die Lautsprecher und das Mikrofon der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 etwas genauer an. Denn in der Ultra 2 sind zwei Lautsprecher verbaut und damit erzielt Apple eine deutlich lautere Audio-Wiedergabe. Gerade bei einem Telefonat merkt man diesen Unterschied deutlich. So hört es sich über die Apple Watch Ultra 2 an und das Mikrofon der Apple Watch Series 9. Die Ton- und Mikrofonqualität ist bei der Ultra 2 deutlich besser. Hinsichtlich GPS gibt es auch noch einen kleinen Unterschied zwischen der Series 9 und der Ultra 2. Die Ultra 2 integriert L1 und L5 GPS in ein Antennendesign, das bei einer eindrucksvollen Energieeffizienz eine größere Reichweite liefert. Während die Series 9 nur mit einem klassischen L1 GPS ausgestattet ist. Dadurch ist die Ultra 2 in gewissen Situationen präziser und zuverlässiger. Damit kommen wir jetzt auch zu meinem Fazit. Wenn dir generell das kantige Design der Apple Watch Ultra besser gefällt und dir eine lange Akkulaufzeit besonders wichtig ist, dann solltest du den doppelten Preis zahlen und dir die Apple Watch Ultra 2 kaufen. Solltest du aber ein schlankes und klassisches Design bevorzugen und damit auch gerne auf die wenigen technischen Vorteile der Ultra 2 verzichten wollen, dann spar dir 450 Euro und bestelle die Apple Watch Series 9. Solltest du dich aufgrund meines Videos für eines dieser beiden Modelle entscheiden, dann würde ich mich sehr freuen, falls du die Apple Watch Series 9 oder Ultra 2 über meine Links in der Videobeschreibung bestellst. Das hat für dich keinerlei Nachteile und ich erhalte eine kleine Provision, womit ich zukünftig weitere Vergleichsvideos finanzieren kann. Jetzt würde mich aber mal interessieren, für welche Apple Watch du dich entscheiden würdest. Schreib es in die Kommentare und lass gerne ein Like da. Abonnier meinen YouTube-Kanal und aktivier die Glocke, damit du nie wieder ein Video von mir verpasst. Außerdem habe ich dir hier noch ein Video verlinkt mit meinen absolut besten Apple Watch Tipps und Tricks. Schau dir das Video jetzt an.